Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der ruflichen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in der europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I've called the armed forces to alert, and there is a reason. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. And you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er hatte die Tiere eingefangen, bevor sie überhaupt begriffen, was geschah. Den erstaunten Dörfern sagte er, ich kann jedes Tier einfangen, indem ich es von mir und meinem Futter abhängig mache. Mit den Menschen ist es dasselbe. Es ist ein fairer Tausch. Ich gebe ihnen Nahrung, sie geben mir dafür ihre Schönheit und Freiheit. Darin liegt die Quelle meines Reichtums und meiner Macht. Ja, das ist das Ende dieser kleinen netten Geschichte. Und ich dachte, die finde ich doch ganz schön, oder? Denn, ja, also, was hat das jetzt mit unserem hyperdimensionalen Krieg zu tun? Das ist eine gute Frage, gell? Denn das Thema von heute ist, befinden wir uns in einem hyperdimensionalen Krieg? Fragezeichen. Ja, und da habe ich dazu in meinem Blog mywakenews.wordpress.com einen Artikel schon veröffentlicht. Und da lade ich nachher dann auch das Video zur heutigen Sendung mit hoch. Und da heißt es, immer wieder erscheinen mir und anderen die Dinge, die wir erleben, die uns geschehen, die wir erkennen, als irreal und nicht erklärbar. Umso mehr forsche ich danach und versuche Antworten zu finden auf meine vielen Fragen. Viele Antworten sind quasi vorgefertigt, sind schubladenbereit. So könnte man meinen. Wenn man sich religiöse Dogmen und Schriften vornimmt, egal aus welcher Richtung. So werden in 2012 Untergangsendzeiten Situationen vorhergesehen, planetare, weltverändernde Einflüsse durch Planet X, Erderhitzung und daraus folgenden weltweiten Vulkanausbrüchen Erdbeben vorausvermutet. Auch kann es durch eine Polsprung-Erdkrustenverschiebung zu Kataklysmen bei uns kommen, die wieder eine Spring- oder Sintflut sowie extreme Temperatursprünge mit verheerenden Auswirkungen auf das Leben auf unserem Planeten kommen, wie es in der Vergangenheit unserer Erde schon vielfach geschehen ist. Ja, und über das und vieles andere wurde bei Awakening auch schon häufig gesprochen, diskutiert und Ratschläge, sich auf irgendeine Katastrophen vorzubereiten, auch wenn es nur eine Finanzkatastrophe ist, dürfte sicher jedem einleuchtend klar sein, das ist nie verkehrt und das sollte in jedem Fall jeder so tun, soweit er es kann. Aber, und so heißt es weiter in dem Artikel, weder ich noch viele andere haben bislang den Planeten X gesehen, abgesehen jetzt mal von den Fotos und den Filmen, die man zu sehen bekommt. Also ich habe es noch nicht gesehen und die entstandenen Katastrophen bislang waren noch nicht absolut so gravierend, dass das Leben in irgendwelchen großen Massen beeinträchtigt wurde, wie man es eigentlich hätte schon längst erwarten können. Dennoch, und das spüren wir alle, vor allem diejenigen, die sich mit diesen Themen befassen, liegt etwas in der Luft, unsere Sinne lassen uns das spüren. Ja, und aus dem Grund möchte ich heute mit euch einige Informationen und Gedanken teilen und darüber diskutieren im Laufe dieser heutigen Sendung. Und wer mir dazu eben, wie gesagt, schon etwas zusenden will oder Fragen stellen will oder Informationen geben möchte, kann das tun unter radio.wakenews.net oder auch gerne im Chat. Wobei im Chat, wie gesagt, die Informationsfülle nicht so einfach für mich ist, zu vorzulesen. So, ja, also jetzt hatte ich heute dieses Thema gewählt aus dem Grund, weil, ja, ich habe also ganz viel Informationen aufgesaugt in den letzten Tagen, würde ich sagen, über das, was möglicherweise passiert oder das, was möglicherweise passieren wird. Und, ja, da muss man natürlich jetzt erstmal schlucken. Und hier steht zurecht, heftiges Thema. Wo anfangen? Ja, alles klar. Ja, das ist so. Wir kriegen ja ganz viele Informationen und sehr viele wissen auch anscheinend ganz genau, was läuft. Bin ich manchmal sehr überrascht. Ich kriege ja so manchmal Informationen, ja, wieso, das ist doch so, das läuft dann so und so und so an. Ja, egal aus welcher, ich kriege das aus verschiedensten Richtungen gesagt und getan. Und eine Weile lang hatte ich auch das Gefühl, dass es einem gewissen Schema erfolgt. Ja, ich denke an diese Elenien-Geschichte, da haben wir sehr intensiv darüber diskutiert, in den letzten Jahres vor allen Dingen, als Vorbote des Planetiks oder so. Ja, übrigens. Und ich habe so die Links der meisten Dinge, die wir jetzt hier auch heute besprechen, sofern ich das vollständig habe. Sonst führe ich es noch später an oder reicht es nach, habe ich natürlich auch beispielsweise eine recht neue Information. Soll vom 4.10. stammen, dass nämlich heute Abend ab 23 Uhr und paar zerquetschte, eine Live-Show stattfindet, wo wir also den Asteroiden 2012 TC4, der so groß sein soll wie ein zehnstöckiges Haus, live erleben können, wie er denn da herumfliegt. Die haben ja da ihre Spezialkamera, wo sie das filmen. Und da habe ich einen Link, da könnt ihr, wer Lust hat, später dann da direkt drauf gehen. Dann kann man das eben mit verfolgen. Also mit Verfolgen haben wir das. Ja, was hat mir also aufgefallen? Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Und aus dem Grund wollte ich eben darauf eingehen, dass nämlich, wie soll ich sagen, es ganz wichtig ist zu erfahren, dass auch Etablierte in der neuen Medienszene, wie zum Beispiel bei Infowars.com oder Prison Planet TV, TV, die Medien sind von dem Alex Jones aus den USA, der ja auch von allen Seiten her kritisiert wird und der auch ganz wenig, wenn nicht sogar minimal nur, über all diese planetaren Ereignisse berichtet hat, über Planet X. Planet X hat der nie wirklich diskutiert. Der hat sich auch nie eingeklinkt in diese Elenin-Diskussion. Nur so am Rande, würde ich sagen. Und da habe ich jetzt eben von ihm in den letzten zwei Wochen massiv gehört, dass er darüber berichtet, dass sich die reichen Bunker bauen. Und da hat er ja sogar einen dieser Unternehmer zu sich eingeladen und hat auch ganz offiziell und öffentlich darüber gesprochen, dass er sich so ein Ding jetzt auch anschaffen will. Ja, ich habe die Links hier bei mir drin. Einmal Reiche bauen Bunker und wie überlebt man Nuklear und andere Katastrophen. Das sind Videolinks bei YouTube, wo man sich also die Sache anschauen und anhören kann. Das ist allerdings auf Englisch. Die meisten Links sind auf Englisch. Das ist leider so, weil von da die meisten solcher Informationen stammen. Ja, und das ist insofern ganz interessant, weil offenbar jetzt auch ein Alex Jones, der immer schon Angst hatte, natürlich von allen möglichen Seiten verfolgt zu sein. Das ist ja auch, hat ja auch ein riesengroßes Medium aufgebaut und erreicht ja Millionen von Leuten jeden Tag, wo er Sendungen macht. Ich glaube, der hat zweistellige Millionen Zuhörerschaften pro Tag weltweit. Das ist natürlich enorm. Und dass der also jetzt da ganz öffentlich raus wird und sagt, jawohl, ich habe mich entschieden, auch so einen Bunker zu bauen, weil er hat eben so ein Unternehmen gefunden, das will ich nur kurz schildern, damit die Leute wissen, was gemeint ist, die also aus großen Industrieröhren, die es gibt, die also ein flexibles Metall haben, was nicht rostet und sowas, was ich, allerdings nicht wasserfest ist. Deswegen muss das immer in relativ trockener Gegend verbuddelt werden. Die also solche Dinge haben, die sie dann ziemlich tief verbuddeln können und eben statt nur zwei, also ein und Ausgang, drei solcher Öffnungen zur Verfügung stellt, nämlich einen noch mit einem verborgenen Austritt, der dann irgendwo was, was ich, in irgendeine versteckte Ecke führt, wo man dann also noch raus kann, was also keiner so schnell entdeckt. Und diese Bunker sind also, die kann man sich dann da anschauen auf diesem Video, das will ich jetzt hier auch nicht zu sehr ausbreiten, aber diese Bunker sind sehr zweckmäßig eingerichtet für ganze Familien, also auch, ja, da kann man längere Zeit halt bleiben. Und der Alex Jones tut sich da ganz schwer zu begründen, weshalb er das tut. Vor allen Dingen sagt er, es ginge hier um Tornados. Gut, er lebt in Texas und da wissen wir, die Winde dort sind erheblich stärker, als wir das hier in Europa erleben. Und da gibt es natürlich häufig Tornado-Risiken und so weiter. Und natürlich die Angst vor irgendeinem nuklearen Desaster. Denn, jetzt machen wir den Sprung eben mal wieder in die Matrix. Wir wissen, es wird überall hier gespielt mit dem Feuer. Das wissen wir, also die Nordkoreaner drohen, die haben auch Atomwaffen. Also, ja, eigentlich haben wir ja alle Atomwaffen. Ob der Iran jetzt eine hat oder nicht, spielt dann auch schon fast keine Rolle mehr. Wenn der Iran angegriffen würde, ja, schon allein bei Syrien könnte man sich die Frage stellen, denn wir wissen, wir haben das gerade erlebt, da wurde ein Zivilflugzeug von zwei türkischen Düsenjägern runtergeholt, weil, obwohl das, ja, eigentlich in einem Luftraum war, wo man eigentlich gar nicht hätte eingreifen dürfen, weil dort vermutet wurde, dass da irgendwelche Waffen drin seien, die, na, von Moskau ging der Flug bis nach Syrien irgendwo hin, ja. Und da haben sie sie runtergeholt und haben angeblich da zwei Raketenbauteile oder sowas gefunden. Mit einem großen Protest jetzt hier von Putin, der jetzt gesagt hat, also, dass, da, der hat auch einen Regierungsbesuch abgesagt hier von der Türkei jetzt und hat ja ein paar Tage vorher schon gesagt, das Abrüstungsabkommen mit den USA wird nicht verlängert und so. Also, das brennt und brodelt hier überall, wir wissen das. Wir verfolgen das. Und in den USA gibt es diese Angst jetzt wirklich sehr massiv, dass es also zu Nuklearschlägen kommen kann, wie auch immer, ja. Eben gerade, weil es ja auch diese russische, ja, Bedrohung gibt, ja. Ob das wirklich vom Iran eine Bedrohung ausgeht, sei mal dahingestellt. So, aus dem Grund sagt er, für mich ist überwiegend also die Tornadogefahr oder diese, ja, solche Art von Katastrophengefahr ausschlaggebend für so einen Bunker und natürlich die nukleare Bedrohung und natürlich auch das Problem der zusammenbrechenden Wirtschaft. Denn es würde, ja, es würde ja damit gerechnet, dass dann so die Leute also auf die Straße gehen, wenn sie nichts mehr zu futtern haben. Ist ja klar, das haben wir auch, die Szenarien kennen wir. Ne, das brauche ich auch nicht weiter erklären. Was er nie so deutlich angesprochen hatte, was er aber dann seinen Counterpart, also diesen Unternehmer von den Bunkerbauern, fragte, war, aus welchem Grund denn die ganzen Reichen bei ihm diese ganzen Bunker bestellen. Und er wurde ja auch gefragt, wie denn seine Auslastung sei. Er sagte, ja, also mehr als drei Stück am Tag kann ich nicht machen, ja. Und er wäre bis über alle Ohren mehr ausgebucht. Er hätte jetzt sogar einen Auftrag aus Israel. Die hätten also ganz massive Anfragen an ihn gestellt, wo er auch schon baut und was weiß ich. Aber das könnte er alles schon gar nicht mehr erledigen. Und dann pukete der Alex und sagte, ja, kannst du mir meinen denn noch rechtzeitig fertig machen hier? Er meinte, ja, also er würde ihn vorziehen, aber eben auch nur bis zum Ende des Jahres. Okay, dann hat er also gefragt, warum machen die Leute, also jetzt hier, wollen die alle diese Bunker haben? Und dann meinte er, ja, also der Hauptgrund wären natürlich auch die Dinge, die er angesprochen hätte, aber es gäbe auch eine Reihe von Leuten, die eben den 21.12.2012 als ein Datum sähen, das also, ja, ausschlaggebend sein könnte für den Grund des Bunkerbaus, ja. Es ist ja auch nicht ein Bunker als solches, sondern es ist eine Untergrundschutzanlage, weil das ja nicht aus Beton oder so ist, sondern das ist ja aus Stahl und wird da nicht überwiegend dann geschützt durch die Erdmassen, die da oben drüber sich befinden. Ja, also das ist, das hat mich dann aufheuchen lassen, weil er das ziemlich akzentuiert sagte. Er sagte, er darf natürlich keine Informationen geben, bla bla und so weiter und er hat auch, bietet zum Beispiel an, ganze Regionen, in denen, also sich so verschiedene Leute, also er hat so Ländereien, da hat er da also schon solche Sachen vorbereitet und da kann sich jeder so ein Ding bauen lassen und dann ist man auch in einer Gemeinschaft, ja. Das ist aber auch ein versteckter Ort und der wird niemand enthüllt, oder wenn das einer sehen will, dann kriegt er nur ein Augenbinde um und ach, darf kein Telefon mitnehmen oder keinen filmen und so. Also scheint das ein riesengroßer Andrang zu sein, der bei ihm dort vorherrscht. Wahrscheinlich eben auch, weil bestimmte Leute irgendetwas wissen. Ja, und das ist insofern ein kleiner Einstieg in die Thematik, weil wir ja, auch wir untereinander ja nicht sicher sind, was kommen wird. Es gibt viele Vermotungen. Planet X ist eine Sache, das will ich nur noch mal schnell wiederholen, für die, die jetzt nicht sofort mitkommen, was gemeint ist. Planet X oder auch Nibiru genannt oder wie auch immer, soll ein planetares System sein. Eigentlich ist es schon mehr ein System, das ist nicht nur ein einzelner Planet, sondern es soll ein kleiner, brauner Zwerg sein, der um sich herum einige Planeten führt, die wiederum selber auch Monde haben und all mögliche andere Zeug, was um die herum fliegt. Und das soll sich hier eben unserem Sonnensystem genähert haben oder immer in einem gewissen Zyklus hier nahe kommen, wobei jedes Mal die Bahn unterschiedlich verläuft. Und deswegen ist das nicht ganz vorhersehbar, weil auch in der Erdgeschichte hat es Probleme gegeben, beziehungsweise Änderungen auf der Erde. Wir wissen, ganze Lebewesen sind dort schockgefroren worden über Nacht. Das muss das geschehen sein. Es wird auch immer wieder so ein Tier gefunden aus dem Frost, so Mammuts oder was auch immer, die also noch Speisereste drin hatten, die noch nahezu frisch waren. Ich war tiefgefroren. Also es hat immer irgendwelche solche Dinge gegeben. Es hat die Sintflut gegeben. Es hat auch Erdkrustenverschiebungen gegeben, muss es gegeben haben. Denn auch die Alpen als Beispiel oder andere Gebirgsformen sind immer eine Folge irgendeines Zusammenpressens von Landmassen gewesen, die aneinander gedrückt haben, die sich dann hochgetürmt haben bis auf über 3, 4, 5, 6.000, ich weiß nicht, 7.000 Meter oder was auch immer. Und das müssen ja schon unglaubliche Gewalten gewesen sein, die das verursacht haben. Also es hat immer solche Dinge gegeben. Ich glaube, darüber sind wir zu sagen, ich brauche mal nie diskutieren, dass so etwas jederzeit wieder passieren kann. Es ist ja lange nichts passiert. Insofern rechnet ja auch die Wissenschaft inzwischen damit. Ich erwähnte es auch bei der letzten Sendung, dass mit dieser Magnetpolverschiebung auf jeden Fall gerechnet wird, was auch schon katastrophale Auswirkungen haben wird, vielleicht auch sogar schon hat, weil es ja auch schon festzustellen ist, nämlich auf den Orientierungssinn eben von Lebewesen, vor allem Vögeln, also Tiere, die sich überwiegend nach dem Magnetfeld ausrichten und so weiter. Aber auch in der Kommunikation, da wurden ja ganze Landebahnen und was weiß ich, wurden verändert in ihrer Ausrichtung, Ausrichtung, weil sich eben da ständig auch diese Magnetrichtung verändert. So, das noch mal so als Einstieg, auch für euch, damit ihr, vor allem die, die jetzt vielleicht das erste Mal mit dieser Diskussion da in Berührung kommen, dann so ein bisschen den Anschluss finden. Viele, die jetzt natürlich schon regelmäßig bei mir zuhören oder zugehört haben, wissen ja, dass ich mich auch mit diesem Thema beschäftige. Das ist ein bisschen etwas anders, als ich das letzte Mal diskutiert habe. Deswegen könnte ja sein, dass einer zuhört, der sagt, ich dachte, es geht hier um Bürgermeisteramt. Also ich versuche. Und ich habe immer schon mal wieder hier so einen Hinweis von meinen Hörern bekommen, Mensch hier, sieh doch das große Ganze, es geht um was ganz anderes, als hier um irgendwelche Schickimicki-Geschichtchen oder Rechtsfragen oder Machtdemonstrationen für irgendwelche kleinen Behörden-Fuzzis oder sonst was. Natürlich, es ist ganzheitlich zu sehen und das habe ich eigentlich auch in meinen Sendungen betont, dass ich das versuche. Aber es ist eben nicht sehr einfach, klar zu sagen, was das große Ganze ist, als eben zu versuchen, sich daran zu tasten. Und ich bin eben kein Dogmatiker, ich glaube nicht irgendeiner ganz bestimmten Richtung. Es ist für Leute sehr einfach, die zum Beispiel Christen sind und die einfach absolut an die Bibel glauben, was da drin steht und so weiter und nichts groß anderes zulassen in ihrem Denkschema. Oder Islam oder irgendeine andere Religion oder Judentum oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Das bin ich eben nicht. Ich habe kein Dogma. Ich bin nicht festgelegt, da auf irgendeine Sichtweise nur so wird es gehen. Und ich stelle mich immer auch wieder selbst in Frage und gerade wenn mir Informationen zugespielt werden, die mir wieder auch eine andere Sichtweise geben oder neue Impulse geben, dann versuche ich, die mit einzubauen in die Sache, um da eben zu versuchen, noch näher an die echte Wahrheit heranzukommen. Vielleicht gibt es hier auch mehrere Wahrheiten. Wir sind es ja nicht, gell? Und eben aus dem Grund hatte ich mir jetzt einige Videos angeschaut und zwar von einem Herrn Dr. Phil Ballantyne. Und der hat diesen Begriff, dieser hyperdimensionalen Kriegsführung eigentlich so eingeführt in diese Diskussion. Dort heißt es auf Englisch Hyperdimensional Warfare. Und da mich das beschäftigt hat und ich einige ganz sinnvolle Informationen daraus entnommen habe, so denke ich, wollte ich die heute mal mit euch teilen. Weil viele Dinge, die wir ja auch tagtäglich erleben, haben ja damit zu tun. Was heißt hyperdimensional eigentlich? Dimensional heißt, dass es in verschiedenen Dimensionen stattfindet. Wir wissen, wir leben in der dritten Dimension. Wir wahrnehmen das körperlich sein, aber schon viele andere Dimensionen kriegen wir ja gar nicht mehr mit. Und hyperdimensional heißt also, dass es mehrdimensional stattfindet. Also da kann man daraus schließen, dass es auch noch Dimensionen beinhaltet, die wir ja gar nicht so direkt wahrnehmen können. Und dass es um eine Kriegsführung sich handelt, das wissen wir natürlich auch schon selbst, auch schon aus der menschlichen Geschichte heraus, aus der Kulturgeschichte, dass es diese Kämpfe zwischen Göttern oder so immer schon gegeben hat, auch zwischen Göttern und Menschen und so weiter. Auch Götter gegen Götter, in Anführungszeichen. Ob das jetzt aus früheren Überlieferungen ist, aus der babylonischen Zeit noch, oder aus Indien mit den vedischen Schriften, oder auch in der Bibel wird einiges geschildert, oder in der griechischen Geschichte. Also überall taucht das auf, und natürlich auch in anderen Regionen. Und das ist auch nicht der Schwerpunkt, den wir hier setzen, weil das setze ich mal als mehr oder weniger bekannt voraus. Das heißt, die Mehrdimensionalität, wissen wir, dass es sie gibt. Es ist ja auch wissenschaftlich schon bewiesen, physikalisch, wenn man so will, ist es ja auch schon von Wissenschaftlern zugegeben, dass es mehr Dimensionen gibt, als nur die drei, die wir wahrnehmen können, in dem Sinne. Also auch das ist keine Diskussion, dass es mehr Dimensionen gibt. Jetzt kann man fragen, Krieg? Ja, warum Krieg? Und jetzt möchte ich nochmal eben zurückkommen auf die Gedanken dieses Dr. Phil Valentine. Die Links habe ich auch übrigens dann bei mir gepostet, bei mywakeness.webless.com, bei dem entsprechenden Artikel unten. Das sind ganz viele Videos. Also ich habe nur einen Link zu einem Video gebracht. Das heißt, wenn man die alle anschauen will, dann hat man sehr viel zu tun und es ist auch teilweise ganz schlechte, miserable Tonqualität, muss ich gestehen. Und er hat auch ein bisschen einen Akzent. Ist also auch nicht so ganz einfach zu verstehen. Aber man sollte sich das trotzdem einfach mal zu Gemüte führen. Beginnen möchte ich mit einem, mit Informationen, die er uns gegeben hat, vermittelt hat, die schon relativ weit zurück liegen, nämlich in den 90er Jahren. Der ist also schon lange aktiv in der Beziehung. Und da hat er uns näher gebracht, etwas, was ich natürlich damals auch nicht mitgekriegt habe. Er ist jetzt eben über den Schreibtisch gelaufen, sozusagen. Dass er uns erklärt hat, was es eigentlich auch mit den Chemtrails zu tun hat. Denn wir wissen, die Chemtrails gibt es nicht erst seit gestern, die gibt es auch nicht erst seit ein paar Jahren. Die laufen schon eine ganze Weile. Und wir wissen auch, dass die Genwissenschaft schon eine ganze Weile aktiv ist. Wenn wir jetzt nochmal einen ganz kleinen Sprung machen in die Geschichte, dann kann man zum Beispiel erkennen, bei den Ausgrabungen oder den Fundorten der ägyptischen oder anderen Orten, die so in dieser Zeit lagen, dass dort beispielsweise ja Abbildungen, Statuen und so weiter gefunden wurden mit menschlichen Köpfen und Tierkörpern oder umgekehrt menschliche Körper mit Tierköpfen. Und dann wird uns natürlich von der einschlägigen Wissenschaft immer erklärt, naja, das sind alles nur Fabelwesen und das hat eigentlich nicht wirklich was damit zu tun und so weiter. Es gibt viele, viele Quellen, die das eigentlich anders sehen. Und auch der Phil Valentine hat gesagt, dass, und da erklärt er auch nochmal dieses Maya-Zeitrat, dass ja in 2012 zu dem Zeitpunkt, den wir auf den 21.12. 2012 irgendwie festgestellt haben, ja eine neue Zeit beginnt. Und wenn man sich eben mal diese Zeitrechnung der Mayers anschaut, dann rechnen die ja in Zeiträumen, die unmöglich waren, ja, für einzelne Generationen, sogar für mehrere Generationen festzustellen. Denn die rechnen ja teilweise mit, mit Zeiträumen, die, was weiß ich, 80 oder 90 Milliarden Tage ausmachten. Ja, und ein paar sequentscheiden. das kann man wohl kaum innerhalb von einer Generation, sagen wir mal, von 500, 600 Jahren feststellen. Also muss es irgendwie einen Hinweis darauf geben, dass die Menschheit als solches älter ist, als das, was man uns immer glauben macht, dass sie ist. Denn man hat ja auch Funde festgestellt von Fußabdrücken neben den Abdrücken von Dinosauriern, die angeblich ja auch Millionen Jahre schon nicht mehr leben sollten. Also wie ist da ein Fußabdruck genau daneben oder in der Nähe entstanden? Man kann ja auch dann die Zeit feststellen, wann dieser Abdruck gemacht worden sein muss. Es muss nämlich etwa zur gleichen Zeit passiert sein. Das geht sonst nicht anders. So, also es ist ganz einfach zu beweisen, auch aufgrund eben dieser Zeitrechnung der Mayers, dass es eben ein Menschendasein gegeben haben muss, lange bevor wir das offiziell hier in unseren wissenschaftlichen Untersuchungen zugeben. Und auch das ist für uns jetzt keine Überraschung. Wir wissen das, wir gehen auch davon aus. Das heißt, wenn man diese Überlegung macht, dann muss eigentlich der Mensch in der oder jener Form schon ewig da sein. Also zumindest ziemlich lange schon irgendwie existiert haben. Die Frage ist, ob wir wirklich von hier kommen oder ob wir von irgendwo hier her versetzt wurden. Ob das materiell geschehen ist oder ob wir eine Saat sind oder ob wir uns selber hierher transferiert haben. Das sei dahingestellt. Auch das diskutiert er natürlich und er hat eine gewisse Sichtweise und ich stelle das hier so dar aus der Brille des Dr. Phil Valentine. das, was ich sage, jetzt, indem ich seine Vorträge analysiere und zusammenfasse. Das sind ja zig Stunden von Vorträgen mit unglaublicher Vielfalt und sehr viel Detail. Das kann ich natürlich hier nicht wiederbringen, aber ich will es zusammenfassen, so wie ich es für mich analysiert habe und das Fazit daraus ziehen. Das heißt ist also und jetzt mache ich nochmal einen Sprung, für viele nicht so ganz einfach, vielleicht dem nachzufolgen aus der dritten Dimension weg, in die Frage Gott, was ist Gott? Das haben wir auch schon bei anderen Diskussionen erörtert, zum Beispiel mit dem Heinz Biederer oder so, wo es um die Sprache auch ging. wenn es wirklich so ist, dass es nur das eine gibt, dass ich aber selbst nur erleben kann, wenn es vieles ist, heißt es also, wenn Gott, ich sage das mal jetzt als Vereinfachung, wenn also Gott oder der Schöpfer sich selbst erleben wollte, dann konnte er das nur tun, indem er etwas erschafft, was sich selbst beobachten kann, von der Logik her. Und das bedeutet, dass wir als Lebewesen, als Mensch wahrscheinlich das Ergebnis einer solchen Frage oder eines solchen Wunsches gewesen sein müssen. Das kann genauso auf die Pflanzen, Tiere und auf irgendwie alles vielleicht übertragen werden, aber bleiben wir mal beim Menschen, um es einfach zu halten. Das heißt ja, dass wir alle in uns selbst auch Teil Gottes sind. Ich denke, da sind wir auch nicht ganz voneinander entfernt. Es gibt natürlich jetzt die Religionen, die sagen, nein, ich bin der Mensch und Gott ist etwas ganz anderes. Aber ich denke, wir können schon so weit kommen, dass wir sagen, es gibt irgendwo einen Ursprung, das eine, das ich erleben wollte und deswegen die Schöpfung begann in Form von, jetzt muss ich mich auch betrachten können, sonst weiß ich gar nicht, was ich selber bin oder wie ich aussehe. und ich möchte das in verschiedensten Varianten fühlen und schmecken und sehen und erleben und deshalb eben alles das entstanden sein könnte. Ich sage das ja auch als könnte, weil ich es ja nicht weiß. Ich gebe nur jetzt so die Gedanken auch wieder weiter von dem Dr. Phil Valentine. teilen. Wenn das so ist, dann haben wir also irgendwie eine urelange Geschichte, wenn wir es auch zeitlich sehen wollen. Jetzt kann man natürlich die Diskussion führen über Zeit, was ist Zeit. Okay, weiß ich nicht. Aber jetzt macht er eben einen Sprung, er wollte eben die Schöpfung, der Schöpfer, bleiben wir mal mit dem Begriff der Schöpfer ist einfach, oder das eine, wollte aber jetzt nicht nur das Schöne, das Wollte auch das Schlimme oder das Böse oder das Schlechte wie immer. Denn nur, wenn man die Gegensätze hat, kann man ja überhaupt auch das eine oder andere wertschätzen. Das heißt, auch das Böse oder das Schlechte muss ein Ergebnis eben dieses Schöpfungsprozesses gewesen sein. Jetzt gibt es natürlich die Frage, was das für Konsequenzen hat in der Betrachtung beispielsweise, wenn wir jetzt über die DIMS sprechen, die dominante Irrsinnige Minorität, die ich ja hier mal mir am Schöpfer greife und immer darüber berichte, was die für Schandtaten planen und tun und machen und so weiter. Wir werden das bewerten. Müssen wir diesem Bösen wirklich böse sein? oder ist es eben einfach Teil unseres Erlebens? Dasselbe, dieselbe Frage kann man sich natürlich stellen, was heißt eigentlich der Tod für uns? Der Tod, den fürchten ja viele oder die meisten, meistens dann in Verbindung mit Schmerz und so, das ist etwas, das man gar nicht mag. Ich mag es auch nicht. Das ist etwas, was einem auch ungeheuerlich vorkommt, weil man ja nicht wirklich weiß, erstens, wie das ist, wenn man in so einer Situation ist. Es gibt natürlich schon ein paar Nahtoderfahrungen und so weiter, wo uns berichtet wird, ja, hier und da, und ich habe auch wieder hier eins gelesen von irgendjemandem, der das auch früher nicht geglaubt hat, der sowas erlebt hat und der dann sagt, er sei sich wie im Himmel vorgekommen, also alles sei schön gewesen und so weiter. Das wissen wir natürlich alle nicht 100 Prozent, erst dann, wenn wir es selbst erleben. Und kein Mensch möchte Schmerzen erleiden. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, da gibt es nur wenige Ausnahmen, die auf Schmerz stehen. Masochisten oder so. Das heißt also, der Tod, was bedeutet das eigentlich? Wir wissen, dass es in der Regel dem Menschen ja geschieht nach einer Spanne von 70, 80, 90 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie weitergeht, dass die Seele, zumindest das Feinstoffliche, wie auch immer, da gibt es auch verschiedene Definitionen und Ansichten, dass das weitergeht, weil wir auch wissen, dass Energie immer weiter besteht. Die kann man nicht einfach killen. Sie wandelt sich nur um in eine andere Form. Das heißt, wenn du deine Lebensenergie, also den Körper, verlässt, muss sie ja irgendwo hingehen, muss irgendwas werden. Und das hat man auch Messungen gemacht. Also will ich jetzt nicht darauf eingehen. Das ist auch nicht das Thema. Und er sagt eben, der Dr. Phil Valentine, Leute, der hat es auch so ein bisschen eine jubiale Art und Weise zu sprechen, Leute, ihr müsst keine Angst vor dem Tod haben. Der Tod ist nicht wirklich da, weil eben, die Menschheit gibt es seit möglicherweise ewigen Zeiten. Wir sind eine Form Gottes, eine Form der Erschöpfung. Wir sind immer da. Wir erinnern nur unseren Standort oder unsere Form oder unsere Dimension oder sonst etwas. Und ich denke, viele, die hier zuhören, sind da nicht grundsätzlich abgeneigt, das auch so zu sehen. Andere wiederum, die schlagen jetzt vielleicht die Hände beim Kopf zusammen. Wie kannst du sowas erzählen? Ich erzähle es ja nicht von mir, weil ich davon überzeugt bin, sondern ich erzähle es, weil ich das wiedergebe, was der Dr. Phil Valentine zum Besten gegeben hat. Und er sagt, es ist aber so, dass eben diese Schöpfung, die entstanden ist, aus dem Wunsch eben des Schöpfers, sich selbst zu erleben in verschiedensten Varianten bis hin zu der Form, in der wir stecken als Mensch, dass es dann aber angefangen hat, Gruppierung zu geben. Das heißt, die Schöpfung hat sich dann verselbstständigt. Und deswegen gibt es auch die Geschichten über diese sogenannten Götter, wie immer wir sie nennen. Die haben ja in den verschiedenen Kulturregionen unterschiedliche Namen. Möglicherweise sind das auch nicht Namen von Individuen oder Persönlichkeiten, sondern so erzählt Dr. Valentine, dass das eigentlich mehr Funktionsbegriffe sind. Das heißt, es gab jemanden, der irgendwie für die Wissenschaft und für die Medizin zuständig war und der hieß eben so. Das war sein Titel. Ob der wirklich persönlich so geheißen hat, sei dahingestellt. Aber gut, das ist auch nicht das Entscheidende. Jedenfalls diese Gruppierungen, die dann entstanden sind, haben sich eben auseinander dividiert, haben eigene Interessen verfolgt. Das heißt, die Ursprungsschöpfung hat sich vervielfältigt in verschiedenste eigendynamisch vor sich gehende eigene Unterschöpfungen, so vielleicht am besten zu sagen. Und da gibt es eben dann eine Gruppierung, die sich hier bei uns mit aufhält in dem, ja, der Region, die wir hier so vielleicht definieren können, in den verschiedenen Dimensionen, die es gibt, die wir gar nicht erkennen können, die sich aber hier aufhalten, die eben auch voneinander unterschiedliche Auffassungen haben, wie das Ding denn weitergehen soll. Jedenfalls das Ursprüngliche, die Idee ist gewesen, ja, dass es dieses, ja, männliche und weibliche Prinzip gibt, die sich hinge und die anderen, was sich anzieht, ja, was auch Leben schöpft, ja, dass dies eigentlich im Moment von einer Gruppierung, die, ja, dieser Ursprungsschöpfungsgedanken entsprechend anders vorgehend, dass die da eingreifen und das abändern. Denn, mit der Absicht, denn, ähm, da wir hier als Menschen, als Seele, Teil des Ganzen sind und durch unser, ja, wie soll ich sagen, wieder in den Kreislauf zurückkehrend, nachdem wir zum Beispiel als Menschen irgendwie einen Zeitraum erlebt haben, eigentlich wieder zurückgehen, ja, in den Ursprung und dann irgendwo wieder, was weiß ich woanders, irgendwas anderes erleben sollen oder können oder wollen, wollen die das unterbinden. Sie wollen diesen, diesen Wiedereintritt in den Ursprung verhindern. Warum auch immer, ja, das weiß ich nicht, das weiß dieser Dr. Phil Valentine auch nicht. das sind alles Vermutungen, das kann Machtfragen sein, das können einfach Dinge sein, die uns vielleicht auch unerklärlich sind. Das weiß ich nicht. Aber, die haben eben angefangen, die Macht über die meisten Menschen, ja, in dieser, also Schöpfung in dieser Form zu, äh, zu erlangen, indem sie zunächst mal ihre Gedanken kontrollieren. und da bringt er ein ganz interessantes Beispiel, nämlich, ich gehe zurück auf Adam und Eva, diese Bibelgeschichte, die es in ähnlicher Form auch, glaube ich, in anderen Religionen gibt, nämlich, da war ja Adam und Eva, die lebten da wunderbar im Paradies, bis dann eben, ja, die Schlange dort hinzu kam und dann eben dieser Apfel genossen werden sollte Form Adam und Eva musste davon auch schon gekostet haben. Das heißt, diese sogenannte Verführung führte dazu, dass sie Dinge erkannten, diese Adam und Eva, die ihnen vorher nicht zugänglich waren. Was heißt vorher nicht zugänglich waren? Sie lebten also in einer geschlossenen Welt, man so will, in einer geschlossenen Matrix. Matrix. Und du weißt, und wir wissen das, das erleben wir ja jeden Tag, wenn du in einem Denkschema gefangen bist und dir erklärt wird, wie das Leben zu laufen hat und du einfach dann da drinnen marschierst und operierst und so, dann kommt dir überhaupt nicht der Gedanke, dass alles anders sein könnte. Das ist ja auch die Problematik, mit der wir es tagtäglich zu tun haben, oder? Das heißt, und das ist ein Bezug Er nimmt an, dass eben, er nennt es Lucifer, in Form der Schlange, diese beiden Wesen, diese beiden Menschen verführt hat, aus ihrer Matrix herauszuschauen und mit einmal zu erkennen, dass das oder worin sie leben, eigentlich ja gar nicht alles das ist, was es gibt. Er hat ihnen also quasi verführt, Gedanken anzunehmen, die dort vorher nicht gewünscht und erlaubt waren, seitens des Schöpfers, der dort zuständig war. Und dann fing eigentlich diese menschliche Schicksalsgeschichte an. Möglicherweise ist eben dann auch unsere Situation zurückzuführen, bis auf eben diesen Moment, wo das damals geschah. Und da können wir sich genau auf Zeiten festlegen, weil wir ja genau wissen, dass diese Geschichten häufiger in anderen Kulturkreisen auch vorkamen. Also wir wissen nicht ganz genau, wann das war, aber das muss möglicherweise schon der Ursprung eben dieser Schicksalsgeschichte der Menschen gewesen sein. Und er bringt da eine ganz interessante Korrelation zu dem Film Matrix. Über den haben wir übrigens auch ganz kurz letzte Sendung gesprochen. und dieser Matrix Film, der ist insofern noch mal ganz wichtig, sich den noch mal sehr detailliert anzuschauen, weil auch dort eigentlich erklärt wird, wie das passiert. Und es ist eigentlich eine analoge Geschichte, möglicherweise zu Sadam und Eva Geschichte, weil da wird geschildert, es gibt eine Matrix, wo auch dieser Keanu Reeves als Schauspieler da drin sitzt, und er wird dann eben von dem Morpheus dort entdeckt und rausgeholt, rausgefiltert. Und da sagt er eben auch, dieser Morpheus ist wahrscheinlich identisch zu dieser Figur des Lucifers, der also quasi diesen lange gesucht hat, den er verführen kann, den er aus dieser Matrix herausholen kann, um irgendeiner anderen Sache zu dienen. Das fand ich ganz interessant und unter diesem Aspekt muss ich mir selbst auch nochmal den Film anschauen, das habe ich jetzt auch noch nicht geschafft, das nochmal genau zu analysieren. Ist ja auch nicht ganz wichtig, weil es zeigt einfach nur auf, dass wir hier in einem Spiel stecken, wo verschiedene Interessen gegeneinander arbeiten und die Frage ist jetzt, in welcher Phase wir uns befinden und die hyperdimensionale Kriegsaktivität findet also auf allen Ebenen statt, sodass auch wir hier in der dritten Dimension davon berührt sind. Und der Phil Valentine sagt also, ja gut, also hier, das Teil der Matrix ist alles das, was wir hier erleben. Mord, Totschlag, Finanzkrise, Weltkrieg, Liebe, also alles, was da ist, wird hier, das ist eben Teil des Erlebnisses, was wir in der dritten Dimension erleben sollen, wollen, möchten. Das wissen wir nicht genau. Denn wenn das jeder wüsste, der hier auf die Welt kommt, was seine eigentliche Erfahrung ist, wäre das sehr interessant. Er sagt auf jeden Fall, dass jedes Mal, wenn du verstirbst, also wenn du als Mensch verstirbst, kriegst du einen Stempel auf deine Seele und diesen Stempel oder Eintrag oder diese Speicherung, die nimmst du mit bis zu deinem nächsten Erlebnis, was du machen oder haben sollst, haben willst. Deswegen sei es eben wichtig zu wissen oder vielleicht auch darauf Einfluss zu nehmen, wie man stirbt, dass man sich nicht leichtfertig zum Beispiel jetzt irgendwie in den Tod begibt, sondern wenn man sich schon in den Tod begibt, dann so zu sterben, dass man einfach dann auch noch seine Aufgabe erfüllt, wie immer man das jetzt zu interpretieren hat. Sei mal der Englisch, der will ich auch nicht diskutieren. Das ist ja ein sehr komplexes Thema, wir müssen uns irgendwie versuchen, mal ranzutasten an diese Frage, ob wir uns in einem hyperdimensionalen Krieg befinden. Und darauf möchte ich zurückkommen, denn diese sogenannte Dunkle Macht, nennen wir sie mal Dunkle Macht, die also nicht möchte, dass die Seelen wieder an ihren Ursprung zurückfinden, versuchen also Einfluss zu nehmen darauf, welchen Stempel die Seele bekommt, bevor du verstirbst, in deiner menschlichen Form. Und er erklärt das so, wenn man also versucht zu definieren, wo ist die Seele eigentlich, dann sagt er, schaut euch doch mal diese Nervenstränge an, die wir alle haben, unter Mikroskop oder wie auch immer. Das kann natürlich jetzt nicht jeder machen, aber man kann das sich vorstellen. Diese Nerven, die verzweigen sich unglaublich, so wie Wurzeln von Bäumen unter der Erde und führen irgendwo hin und damit sind, weiß man gar nicht, wo die alle hinführen. Und er meint eben, dass am Ende dieser Nervenstränge, die dann also in ein Nichts übergehen, dass da die Seele sitzen würde. Das heißt, durch die menschliche Konstruktion, wie wir konstruiert sind, wird also dieser Seele auch diese Information zugeleitet, die sie haben soll für ihren Erfahrungswert in einer nächsten Phase der Existenz. Ja, sagen wir es mal einfach so. Und das fand ich ganz interessant, weil das hatte ich auch so noch nie gesehen, weil die Frage stellt sich ja, was ist die Seele, wo ist die Seele? Und das ist ganz interessant, weil man ja auch irgendwie mal erfassen will, wie kann eine Seele Informationen speichern. Und so wäre es zumindest auch eine interessante Sichtweise. Jetzt kommen wir zurück zum hyperdimensionalen Krieg. Wenn es also Wesen gibt, die aus dem Schöpfungsprozess entstanden sind, die dagegen sind, dass ein großer Teil anderer Seelen wieder zurückfindet zur Einheit, weil sie eben nur ihren Weg gehen wollen, oder es selbst prägen wollen, umändern wollen, wie auch immer. Müssen sie also verhindern, dass die Informationen, die die Seelen mit sich nehmen, bei ihrem Erfahrungstrip, wenn man das wo man will, müssen sie irgendwie verhindern oder das manipulieren oder absteigen. Am besten abschneiden, dass gar keine Informationen mehr rausgehen, dass der Stand immer bleibt wie vorher. Um sie so, diese Seelen möglicherweise zum Untertan zu machen. Das ist jetzt die weitere Überlegung daraus, nach dem Zweck. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, was ich eingangs schon anläutete, Chemtrails und Genmanipulation. Hier ist jetzt die interessante Vorlesung von ihm, wie er das interpretiert. Die Wissenschaft, die wir kennen, in der dritten Dimension und auch die Politik, vertritt die Ansicht, dass man eben die Gene erforschen müsse, weil man nicht genau weiß, wofür sie gedacht sind. Das wird uns ja erzählt, Junk, DNA und so weiter, wir wissen gar nicht, wofür das gedacht ist, man hat schon ein paar Sachen identifiziert und so weiter. Außerdem wird uns erzählt, wir müssen zusehen, für Leute, die mal was verlieren, müssen wir das nachzüchten können, Ohren nachzüchten, das siehst du zum Beispiel bei einer Ratte oder Versuchsratte oder Kaninchen, da werden dann also Ohren animiert zu wachsen, gibt es richtige Abbildung davon, also Ersatzteillager aufzubauen. Oder man versucht auch vielleicht genetisch bedingte Erkrankungen dadurch auszuschließen, was natürlich jetzt den, wie soll ich sagen, diesen Sprung zur Eugenik hat, diesen kleinen Manipulation der Natur und dass man natürlich auch alles, was die Pflanzen und so weiter angeht, alles so machen will, dass die Menschheit davon profitiert, dass auch Wirtschaft davon profitiert, dass also keine Insekten mehr die Pflanzen fressen und dass die Produkte größer und dicker und fetter werden und was weiß ich. Also all diese Gründe kennen wir ja zu Genüge von der Gen-Industrie, von der Gen-Lobby. Um das jetzt mal so vielleicht zu vereinfachen, das ist sehr einfach gesagt. Aber gibt es eben auch noch andere Gründe dafür? Wir haben das eine schon angesprochen, Eugenik. Gibt es vielleicht dahinter die Überlegung und die Vermutung ist ja sehr stark auch hier unter uns verbreitet, dass eben damit erreicht werden soll, eben ein Großteil der Menschheit auszurotten. Und zwar die, die man nicht haben will. Man spricht ja oft von spezifischer Eugenik, das heißt, gewisse Dinge, die also auf gewisse Blutgruppen gehen, DNA-Gruppen und wie auch nochmal zugeschnitten sein könnten, vielleicht sogar auf Rassen oder was auch immer. Das wissen wir, das gibt es, diese Vermutung und diese Befürchtung hegen wir leider alle. Wenn wir jetzt aber einfach noch eine Stufe höher gehen, dann sagt er eigentlich, der Körper, den wir haben, ist von Natur aus eigentlich darauf ausgerichtet, alle Schaden von sich abzuhalten, solange man gesund ist, solange man Widerstandskräfte hat und so weiter. Seit geraumer Zeit wird uns aber die natürliche Lebensweise, die wir ursprünglich mal hatten, ja abtrainiert, wir werden zivilisiert. Und jetzt fragt sich jeder, warum habe ich diese Geschichte am Anfang vorgelesen? die hat auch damit zu tun. Wer die jetzt noch nicht mitgekriegt haben sollte und später erst eingeschaltet hat, ich werde natürlich nachher das nochmal wiederholen, die Sendung und ich mache ja da auch eine Aufzeichnung, sodass man sich das dann nochmal anhören kann. Leider, um das ja nochmal eben kurz einzuflechten, ist ja meine Webseite wakenews.net für mich im Moment nicht abzudaten, ich kann die also nicht aktualisieren, die ist immer noch im Stand vom 22.05. respektive 21.05.2012, wo man mir alle Sendeanlagen, Software und so weiter weggenommen hat durch das WOT-Team und ja, und deswegen bin ich ausgewichen auf meine Blogs, hier zum Beispiel mywakenews.wordpress.com als mein Hauptblog, wo ich über solche Dinge spreche, wo auch meine Sendungen hochgeladen werden und natürlich auch auf meine YouTube-Kanäle, die vorher nicht so eine Bedeutung hatten, die haben jetzt für mich die Bedeutung, dass ich nur dort also wesentlich meine Sendungen rausbringe. Also da ist Wegnachricht, beispielsweise Wegnis TV, Wegnis Radio sind da die Hauptkanäle und unslaved Media habe ich auch noch ein Account und so weiter. Ja, das habe ich da, braucht man nicht alles wiederholen. Da kann man sich das alles noch machen. Das heißt, wenn wir also eine höhere Ebene einschalten und sagen, okay, es geht hier gar nicht um so Leutchen wie Rothschild, Rockefeller, die aus niederem eigenen Instinkten hier, so wie ich es hier anfangs in der Geschichte erklärt habe, eben ihre Interessen durchzusetzen und bei der Gelegenheit eben Einfluss nehmen wollen, auch auf das Leben auf der Erde und das Leben überhaupt, ja, dann ist das eine Sache. Aber das ist ja auch noch etwas, was wir in der Dimension erleben. Das können wir auch sogar noch identifizieren in der dritten Dimension. und wie das eben jetzt weitergeht mit dem höheren Ebene, das machen wir gleich, weil ich gehe ganz kurz in eine kleine gedankliche Erholungspause. Es gibt auch die Gelegenheit, noch mir etwas zuzuschicken unter radioatwakings.net oder sonst irgendwie, mir dann noch eure Infos und Kommentare zuzuleiten. Wir hören jetzt von The Boiler Boys eine geschnittene Version Zimmer 3, damit es nicht ganz so lange ist. Ja, gleich wieder da. Detlef von Wegen das Radio wird hochspannend in der zweiten Stunde. Bis zum nächsten Mal. 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 Befinden wir uns in einem So wie bei den E-Mails. Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn dieser Ursprung verändert werden soll, dann geht das nur damit, indem man das Viele verändert. Weil das eine konnte sich ja erst entdecken, indem es das Viele gesehen hat. Wird also Gott manipuliert? Wird der Schöpfer, wird die Schöpfung manipuliert? Und zwar jetzt nicht nur auf der menschlichen Ebene, sondern überall? Weil, wenn wir uns das anschauen, was passiert, könnte man fast diesen Eindruck haben. Und eben dieser Dr. Phil Valentine sagte, dass wir eben schon seit geraumer Zeit als Menschen, aber nicht nur wir Menschen, sondern die ganze Umgebung, auch die Natur, verändert werden, zivilisiert werden, sozusagen. Man hat schon immer Genmanipulationen betrieben. Vielleicht nicht so ausgefuchst wie heute, man hat aber früher Züchtungen gemacht. Man gibt die reinrassigen Hundezüchtungen zum Beispiel, die dann aber wiederum häufig selbst auch Anomalien vorweisen. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich will das nur als kleines Beispiel geben über das, was auch schon in früheren Zeiten gemacht wurde. Ich habe den Hinweis auch, dass man eben solche Steinbilder findet oder Abbildungen halt aus früheren Kulturen, früheren Zeiten, wo es eben so Mischwesen gab zwischen Tier und Mensch, Menschenkopf und Tierkörper und umgekehrt. Aber es ist heute schon der Fall, das wird im Laufe der Bande getan. Und das schon zu der Zeit, wo er das berichtet aus den 90er Jahren. Wir kennen das Klonschaf. Wir kennen, dass eben menschliche Körperteile an Tieren wachsen, um sie als Ersatzteile auszuschlachten. Und wir wissen auch, dass es bereits Kreuzungen und Züchtungen und was weiß ich gibt zwischen Tier und Mensch. Das steht jetzt zwar nicht in der Blindzeitung unbedingt, also wenn, dann höchstens als kleiner Schlagartikel, aber wird nicht wirklich richtig erläutert und es wird nicht bewiesen und es wird auch vor allen Dingen nicht kritisiert. Also das passiert hinter verschlossenen Türen, wer weiß, was da alles abgeht. Das heißt, diese Genmanipulation ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Denken wir mal einfach nur an die Monsanto. Monsanto ist ein Riesenkonzern, es gibt derer noch viel mehr, die aber alle miteinander verbunden sind über die Eigentümer. Und die Eigentümer sind die DIMS, die dominante irrsinnige Minorität. Und Monsanto ist ein Unternehmen, was es schafft, überall in die Regierungen hinein zu operieren, mit aller Macht und Kraft versuchen sie immer wieder irgendwas reinzubringen. Und man muss sich vorstellen, zehn Sachen versucht, neun werden abgewiesen, eins kommt durch und so weiter. Also es wird immer mehr, der Druck wird immer höher und je eher sie ihre Weltregierungen durchsetzen können, die Neuweltordnung, umso eher und einfacher können sie also hier dann losschlagen und alles so umsetzen, wie sie es bereits schon in den Schubladen geplant haben und versuchen. Warum geschieht das? Eben nicht aus den Gründen, die ich anfangs nannte, aus den guten Gründen, dass man was für die Menschheit tun will, dass es effizienter wird und dass die Kartoffeln größer werden und all diese Geschichtchen, sondern man versucht, Gene in den menschlichen Körper einzubringen, die Einfluss nehmen auf die genetische Struktur des Menschen und die auch als Informationen dazu dienen sollen, Einfluss auf die Prägung in unserer Seele zu nehmen. Möglicherweise das überhaupt abzublocken. Und es ist eigentlich gesagt, normalerweise von Natur aus ist der menschliche Körper darauf eingerichtet, alles abzuweisen, was ihm fremd vorkommt, was also abgewiesen ist. Aber, wenn du andauernd Dinge zuführst, die manipuliert sind, die dafür sorgen sollen, dass sich deine Genstruktur verändert, sei es durch die Nahrungsmittelaufnahme, sei es durch direkte Infusionen oder Spritzen von irgendwelchen Dingen, die dann in den Blutkreislauf geraten direkt und so weiter und so weiter, bis hin zu dem Ausbringen von Nanopartikeln über die Luft, also über die Lunge, deckst du das Wesentliche ab, um einen massiven Angriff auf die Genstruktur des Menschen nehmen zu können. Es ist also Geoengineering und all dieses ganze Drumherum, das sind nur die Alibis dafür, worum es wirklich geht. Und jetzt kommen wir zum großen Ganzen. Wenn es also so ist, dass ein Teil der Schöpfung sich abgesplittet hat, verändert hat und eigentlich die Macht übernehmen will, also eins der vielen will nachher das eine werden und den Rest loswerden, dann verstehen wir, warum es Eugenikprogramme gibt. Dann verstehen wir, warum es Genmanipulation gibt. Dann verstehen wir, warum es Chemtrails gibt. Dann verstehen wir, warum das Wasser manipuliert wird, dass wir auf und zu nehmen. Weil das sind die Hauptbestandteile, die Elemente, die wir brauchen zum Leben. Und deshalb gibt es auch zum Beispiel diese Forschung oder diese Umsetzung der Forschung, dass man beispielsweise menschliche, aber auch tierische Gene in Lebensmitteln so verarbeitet, dass wir sie zu uns nehmen. Und zwar in einer Form, dass sie auch zu uns eindringen können. Ich nehme mir da nur mal das Beispiel der Pepsi-Cola-Geschmacksstoffforschung, wo also Teile, DNA-Material, aus menschliches Genmaterial entnommen wird, aus Teilen von abgetöteten menschlichen Embryos, die abgetrieben wurden. Riesengeschäft. Und das wird gefördert, angeblich um den Geschmack zu verbessern. Aber natürlich muss da unsere Warnlampen aufgehen, und das sind sie hier bei uns auch. Aber wir müssen das weitertragen, den Leuten das bekannt machen, dass wenn sie eben diese Sachen zu sich nehmen, und zwar in laufendem Maße, dass das dazu führt, dass sie sich auch selbst in ihrer eigenen Struktur ändern werden. Und zwar nicht notwendigerweise noch in diesem Leben, aber dass es vielleicht sogar dazu führen kann, dass wenn sie hier verscheiden als Mensch, aus dieser Form, dass sie eben eine Prägung auf ihre Seele bekommen, oder eben keine, sodass das Leben, was sie hier geführt hatten, nicht den Zweck erfüllte, den es gehabt hat. Oder aber, dass man eben vielleicht auch Informationen auf die Seele pressen lässt, die sie nachher, wenn sie wiederkommen, umfabrizieren in willenlose Sklaven, die dann diesen einen, diesen neuen einen dienen sollen. Das war diese Überlegung, die interessante von dem Dr. Phil Valentine. Und so hatte ich das jetzt auch noch nicht gesehen, in dieser Verknüpfung. Viele sagen jetzt, ja, aber das wussten doch eh schon alle. Ja, aber man muss es auch formulieren. Und man muss es erstmal begreifen für sich selbst. Und man muss es praktisch umsetzen. Man muss es den Leuten erklären können. Und nicht, indem du denen jetzt hier drei Bücher a 795 Seiten gibst zum Lesen. Lies mal, da steht alles drin. Du musst versuchen, in einer kurzen Form zu erläutern, um was es eigentlich geht. Das ist so meine Denkweise. Ich will ja auch nicht sagen, dass ich das jetzt alles 100 Prozent glaube. Aber es hört sich interessant an und ich habe eben, wie gesagt, diese Zusammenfassung hier mal gebracht von dem Dr. Phil Valentine, wie er das sieht. Denn wir suchen ja immer nach Beweisen. Und wenn wir wissen, dass die Schöpfung das eine eigentlich alles ist. Jeder Forscher fragt sich, wo kommen wir her? Wo ist das Weltall entstanden? Da wird aufwendig geforscht und getan und gemacht. Und man sieht eigentlich durch die Teleskope, wenn man ins Weltall schaut, ja eigentlich in die Vergangenheit. Alles, was da passiert, was man entdeckt als Licht, dass etwas, was vielleicht vor einer irrsinnig langen Zeit, wenn man die Zeit als solche jetzt mal als real annehmen, passiert sein muss. Da weiß man auch nicht, was am Anfang war. Und diese Theorie mit dem Urknall, das scheint auch nicht so gewesen zu sein. Also insofern muss man sagen, kann man hier einen Hinweis finden, so meine ich, der zeigt auf, dass es hier nicht um Rothschild Rockefeller gegen uns geht. Und das natürlich auch. Sondern es ist alles mehrere Ebenen oben ab sich abspielt. Und wir wissen ja auch nicht, was in den anderen Lebensräumen, die wir nicht so überblicken können, passiert. Also die anderen Dimensionen, das sowieso, aber auch zum Beispiel auf anderen Planeten. Nicht umsonst, hier finde ich dann Kommentare, hier dieser Mars-Roboter, der hat einmal rumkriecht und rumkrabbelt, der dann alle möglichen Sachen findet. Und hier hat er ein Stück Metall gefunden, da hat er ein Insekt gefunden und so. Das sagen dann auch schon die Leute, die vorher das vielleicht noch für ernst genommen haben. Ja gut, der fährt ja gar nicht auf dem Mars rum, der ist hier irgendwo in der Wüste. Das ist doch viel billiger. Und das ist einfach eine Illusion, die sie uns hier vermitteln wollen. Ja, die wollen doch keinesfalls, dass wir irgendwie auch nur eine Ahnung haben von dem, was da draußen abgeht. Und das ist auch nochmal eine wichtige Information, die wir ja natürlich auch kennen. Denn schon aus anderen Quellen, dass der Dr. Phil Wendt dann hier auch nochmal sagt, ich konzentriere mich jetzt halt mal ein bisschen auf seine Essenz, weil die Bekannten, die immer ihre Informationen rausgeben, hier zum Beispiel, ich kriege auch mit Informationen hier, David Eichs, der Löwe erwacht und andere Bücher, ja klar, die bringen das auf den Punkt und die, aber jeder hat auch immer seine Sichtweise. Und es muss auch nicht unbedingt alles immer so sein, wie es nur der David Eich sieht. Das können also eine ganze Menge andere Dinge sein, die auch noch eine Rolle spielen. Vielleicht auch Dinge, die er noch gar nicht so sieht. Oder ich meine, er ist natürlich auch sehr auf seine Schiene konzentriert. Ich weiß gar nicht, wie dieser Mensch dann noch nebenbei noch viele andere Sachen studieren kann, weil er sich allein schon mit seinen Sachen beschäftigt. Okay, das geht uns ja also. Ja, und er meint also eben, dass diese sogenannten Illuminati, die ja schon, was weiß ich, vor 200, 300 Jahren aktiv waren und die Leute davor und hier speziell der Vatikan, die ja das Wissen der Kulturen bei sich horten. Die haben ja deswegen ganze Kontinente erobert. Man denkt jetzt nur an Südamerika. Man will uns zwar erzählen, da wäre das nie, das wäre alles vernichtet worden. Ich glaube das nicht. Ich glaube viele dieser Informationen, die dort angeblich vernichtet wurden, sind alle wunderschön nach Rom gewandert oder sonst wo hin. Weil ich denke, da waren die Leute damals die obersten schon sehr interessiert dran an diesem ganzen Wissen, was da möglicherweise vorherrschte. Aber gut, ich will das, das ist eine Vermutung. Jedenfalls meint er eben dieser Dr. Phil Valentine und jetzt bitte alle religiösen, gläubigen Menschen mal ganz kurz die Uhren schließen. Weil das ist unangenehm. Aber ich spreche es ja auch nur so aus wie er sah. Das ist nicht meine Ansicht unbedingt. Er meint, dass die Religion hier insbesondere das Christentum, der Islam und das Jüdentum alles einzählt. Und dass die zusammen festgehalten werden in oberster Funktion beim Vatikan. Und der Vatikan bringt das auch mehr und mehr zum Ausdruck. Er sorgt immer dafür oder initiiert das, dass jetzt die Religionen mal an einen Tisch kommen. Und dann sitzen alle zusammen, machen gemeinsame Zeremonien. Jetzt liest er alles schon auf Arabisch vor. Also, okay. Wie auch immer, das ist noch ein separates Thema. Sodass also alles, was aus der Ecke kommt, jetzt alle religiös denkenden Menschen, dürfen ihre Uhren hochklappen. Ja, das geht jetzt entschärft weiter. Ja, dass also da vielleicht viele Informationen eben einfach gelenkt werden, geleitet werden. Und das nicht unbedingt zum Wohle der Seelen, die eigentlich zum einen zurückwollen. Sondern man wird, und das ist da, der das nochmal erklärt mit dem männlichen und weiblichen System, das weibliche System, was auf Gefühl aufgebaut ist, überwiegend auf Gefühl aufgebaut ist, wird sukzessive zerstört. Weil das natürlich auch die Lebensbasis zerstört. Und das ist hochinteressant. Ich kann das auch nicht so in die Tiefe erläutern, weil das würde zu weit führen und auch zu viele kontroverse Stellungnahmen müsste man dann diskutieren. Das geht ja auch eine Weile, bis der da durch ist damit. Aber das erschien mir plausibel. Denn in meinem eigenen Erlebnis für mich selbst habe ich erlebt, dass ich im Laufe meiner Zeit, wo ich mehr in der Matrix drin war, also auch gearbeitet und Firmen und diesen, dass ich da eigentlich überwiegend nicht mehr mit dem Herzen Dinge beurteilt habe, sondern eigentlich mehr mit dem Verstand. Und erst seitdem ich jetzt aufgewacht bin, bin ich auf einem Wiedererkennungstrip auch zu dieser anderen Seite des Empfindens, der Gefühle, eben diese Seite mehr rauszuholen, mehr zu nutzen. Das hört sich jetzt so ökonomisch an. Aber eben einfach damit mehr umzugehen. Und da habe ich eigentlich für mich jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dadurch öffnen sich für mich auch neue Wege, neue Sichtweisen, neue Dinge, die ich vorher nicht so erlebt habe. Und das ist für mich eine sinnvolle Beschreibung. Das heißt, indem sie also diesen weiblichen Teil versuchen zu eliminieren, man wundert sich ja auch, also nichts gegen, bitteschön, diejenigen, die so orientiert sind, aber man wundert sich, wie sehr auch diese Homosexualität gefördert wird. Die Leute sitzen in Führungspositionen. Die Leute stehen uns an. Wir kennen ganz viele Beispiele. Ich will jetzt nicht Namen nennen. Oder denken wir an diesen Bohemian Club, wo ja diese ganzen Weltführer zusammenkommen, Politiker und was weiß ich, Bankster, die alle dem einen frönen. Und wir auch wissen, dass das eigentlich nicht zu einer Fortpflanzung führen kann. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich habe es noch nicht erlebt. Dann ist das doch etwas, was auch darauf hinweist, dass man versucht, eben die Vermehrung von Menschen auch über diesen Weg vielleicht einzudämmen oder die Menschen, die eben dann sich nicht vermehren, keine Familien haben, eben das nicht erleben, dann eben so auch auf ihre Seele zu prägen. Dass wenn sie wieder zurückkommen oder in einen Kreislauf zurückkehren, irgendwo, dass sie gar nicht auf den Gedanken kommen, sich zu vermehren, eben das Weibliche als solches. Nicht als Geschlecht, sondern als das Fühlen und dieses Erleben von Liebe, Familie, Kinder und so eben einfach gar nicht mehr aufkommen lässt. Das waren seine Gedanken von Phil Valentine. Ja, ich sage das jetzt, ich spreche es einfach so aus, wie er es ungefähr so inhaltlich, ich spreche es aus, wie er es gemeint hat. Und das wiederum auch ein Hinweis darauf ist, dass hier manipuliert wird, möglicherweise. Und wir wissen auch, dass auf die Fruchtbarkeit Einfluss genommen wird, über die Zusätze, die man im Wasser findet, die man in den Nahrungsmitteln findet und so weiter. Und auch die Verpackungsmaterialien, dieses Plastikzeug und so, was Einwirkungen hat auf die Fortpflanzungsfähigkeit. Alles das hat einen übergeordneten Zweck und der reduziert sich nicht darauf, dass einige viel Geld verdienen wollen und alle Reichtümer der Erde ansammeln wollen, sondern der übergeordnete Zweck und Sinn, weil ich wurde ja auch darauf angesprochen, wie ich ihn sehe jetzt, nach diesen Schilderungen von Dr. Phil Valentine, ist es eben, dass die Seelen abgeschnitten werden von dem Einen. Dass sie nicht die Chance haben, irgendwann zu dem Einen zurückzukehren. nachdem sie jetzt ihre Erfahrungen gemacht haben. Und das ist, das ist, denke ich, eine ganz schöne Geschichte. Okay, ich will jetzt das mal noch einen Moment so im Raum stehen lassen. Vielleicht kommen wir auch im Laufe der Diskussion noch weiter drauf. Hier kriege ich noch eine Zuschrift. Hallo, ich möchte nicht Zeit meines materiellen Lebens nach einem Nuklearkrieg in einem Bunker verbringen, die Menschen schaffen sich ihr eigenes Gefängnis ohne Sonne und Tageslicht. Sie werden sich die Köpfe einschlagen. Nervenzusammenbrüche sind vorprogrammiert, also Stress pur. Sie werden sich nach dem Tod sehnen. Liebe Grüße aus dem sonnigen NRW, wie immer auch an alle aufwachenden Lucky. Jawohl, danke dir. Hier kommt was. Dieses Dasein kann nur eine Illusion sein. Der Mensch kann auf der Erde ohne Hilfsmittel nicht einmal existieren. Das sollte Beweis genug sein. Auf jeden Fall leben wir hundertprozentig in einer Matrix, einem Film und ich habe seit längerer Zeit nur den einen Wunsch, raus hier. Jeder will immer Leben beziehungsweise sein Leben verändern. Doch das Paradox ist, dass dies nicht das Leben ist. Wenn dieser Planet so eine Art Knastplanet sein sollte, wäre die einzige Konsequenz, hier wegzuwollen, wieder ins Leben, das wahre Leben, jedenfalls interessantes Thema. Greetings auch an die Hörer. Ja, jawohl. Ja, aber es geht eben um mehr. Und da ist die Frage, was können wir tun? Natürlich auch daraus, das ist klar. Die Frage ist ja nicht, ob wir hier das Leben in der Matrix verlassen wollen, sondern die Frage ist ja eigentlich, wollen wir es zulassen, dass wir, dass unsere Seelen aus dem einen ersatzlos gestrichen werden. Denn du bist ja Teil des Ganzen. Ich bin Teil des Ganzen. Und uns will man abschneiden. Nur die, die die bestimmen, die im Moment hier diese Manipulationen durchführen oder durchführen lassen, entscheiden, wer nachher das eine ist. Und da wir ja Teil der Schöpfung sind, Teil eben dieses Einen sind, haben wir vielleicht auch noch ein bisschen was dazu zu sagen, oder? Und ich glaube, das ist der Krieg, dieser hyperdimensionale Krieg, der stattfindet. Den glaubt ja nicht, dass das nur hier bei uns auf der Erde so ist. Schaut euch doch das an, was da im Moment in unserem Sonnensystem allein los ist. Habt ihr die Einschläge gesehen? Jetzt hier, Saturn, da gab es, glaube ich, einen Einschlag mit Explosionen. Dann, rund um die Sonne, diese ganzen, diese ganzen UFOs, die immer zu sehen sind, hier gerade eben vor, ich glaube, gestern oder vorgestern wieder eins gefilmt worden von Moonhausen. Den Link habe ich auch bei mir in den Blog reingestellt, mywakeness.bloggers.com unter heutigem Thema. Da siehst du, wie ein riesiges UFO, ein Laserbeam auf die Sonne schießt und ganz viele andere Dinger, die da drum herum fliegen. Also irgendwas scheint dort auch richtig zu knallen. Wir wundern uns doch die ganze Zeit, warum gibt es hier diese Eruptionen auf der Sonne? Was passiert da? Was geht da ab? Warum? Erwärmt sich jetzt die Erde oder nicht? Wir wissen, dass es insgesamt im Durchschnitt sich alle planetaren Körper in unserem Sonnensystem erwärmen. Warum? Was hat das auf sich mit eben diesem planetaren System, was dort vielleicht auf uns zukommt, was ich eingangs erwähnte, was wir entweder Planet X oder Nibiru-System oder was auch immer nennen. Was geht da ab? Das wissen wir eben nicht. Wir können es nur vermuten. Wir können uns versuchen vorzustellen, was dort vor sich geht, was das für Einflüsse auf uns hat. und natürlich kommt einem dann der Gedanke, ja Moment, wenn es eine Fraktion eben innerhalb dieser Schöpfung gibt, die die Schöpfung manipulieren wollen, das kann ja nicht nur auf der Erde so sein, wir sind ja nur ein ganz kleines Miniteilchen innerhalb dieses Universums oder überhaupt der Schöpfung, dann muss das ja auch überall was weiß ich wo sein. Wir wissen ja auch nicht, wie groß und wie stark ist diese Gruppierung, die die Schöpfung beeinflussen will. Ist die nur so stark, dass sie hier in diesem Sonnensystem aktiv ist oder ist die vielleicht was weiß ich noch in anderen Sonnensystemen, in anderen Galaxien, was weiß ich aktiv? Wissen wir auch nicht. Gibt es jetzt vielleicht eine Gruppierung oder andere Gruppierungen, vielleicht gibt es ja mehrere, ich weiß es auch nicht, ich mutmaße jetzt mal, die jetzt eben dagegen kämpft. Warum wachen wir auf? warum erkennen wir alle, was dort steht, zunehmend? Warum? Gibt es also eine Gegenkraft? Wird diese Gegenkraft umschrieben, beispielsweise im Christentum mit Jesus, der wiederkommt? Ist das nur eine Analogie oder ist es nur eine Umschreibung dessen, was hier abläuft, auf globaler Ebene, global, also über die Erde hinaus, also Schöpfungs global? Das wissen wir nicht. Aber ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt davon, dass ich eben dieses Erlebnis hatte und überhaupt diesen Aufwachprozess bekam und dass ich immer das Gefühl habe, wenn alles am Boden liegt und ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dass es dann trotzdem weitergeht. Das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, dass man denkt, wie schaffe ich das jetzt? Ich denke immer, komm, die haben hier am 22.05. alles weggenommen, um überhaupt senden zu. Ich hatte nichts mehr. Nichts! Und dann ging es dann doch irgendwie weiter. Aber eben natürlich nicht bequem und nicht einfach. Alles musste erkämpft, beschafft, gesponsert irgendwie werden, damit es weiterging. Und jetzt heute, damit wir heute so eine Sendung machen können. Also es muss das einen Grund haben. und das hat mich, das erstaunt mich immer wieder, was alles möglich ist. Deswegen halte ich auch nichts für unmöglich. Ich bin natürlich jetzt insoweit natürlich menschlich geprägt, auch ein bisschen zurückhaltend anzunehmen. Es gibt, es wird so etwas wie eine Rettung geben, irgendwie, von irgendwelchen Außerirdischen, die uns hier alle holen, wenn wir alle verzweifelt sind. Ich glaube, dass es nicht so einfach sein wird. Theoretisch ist das denkbar. Denn diese Gerätschaften, die wir da gesehen haben, die da um die Sonne fliegen, sollten sie von der anderen guten Seite sein, hätten bestimmt die Kapazität, alle Menschen da aufzunehmen. Das ist nicht der Punkt. Wie immer das technisch möglich wäre. Aber vielleicht geht es ja um etwas ganz anderes. Vielleicht haben wir ja durch unsere Kraft, die wir hier entwickeln, durch unseren friedlichen, auch durchaus mit Liebe versehenen Widerstand, den wir leisten, die Möglichkeit, die Dinge aufzuhalten. Viele von diesen genmanipulierten Nahrungsmitteln, dieser Anbau, wird ja hier in Teilen der Länder, beispielsweise auch in der BRD, zumindest verhindert oder verzögert. Also man merkt, es gibt einen Teil der Menschheit, der sich wehrt dagegen. Es gibt diese sogenannten, jeder hat seinen eigenen Wissensstand und seinen eigenen Interessenbereich. Nicht jeder sieht das jetzt aus der Brille, wie ich es geschildert habe. Sondern der eine ist einfach nur daran interessiert, dass er seinen biologischen Anbau weiterführen kann. Sieht aber nicht sehr viel mehr darüber hinaus. Nicht, dass das schlimm ist, aber es ist einfach die Situation, wie sie ist. Oder eben der eine will einfach nur mit seiner Familie schön und glücklich leben können. Wenn man merkt, dass das nicht mehr geht, weil hier klemmt das Geld, du kannst nicht mehr in den Urlaub fahren. Also so einfache Sachen innerhalb auch der Matrix, was auffällt. Oder jetzt nehmen wir hier die Demonstrationen, die wir erlebt hatten hier in Lörrach, worüber ich diskutiert hatte oder berichtet hatte. Das sind Menschen, die merken, wir dürfen ja nicht mal unsere eigene Musik machen. Wir können ja nicht mal uns treffen, wo wir wollen. Was ist denn das? Was hat das noch mit Freiheit zu tun? Da kommen diese ganzen Punkte hoch. Das ist so, wie wenn Wasser langsam ins Kochen kommt. Da kommen diese Blasen langsam nach oben, bis es nachher überall brodelt und bis es nachher richtig fast schon explodiert und verdampft. Das ist so das, was ich erlebe, dass jeder so seinen Abschnitt hat eben des Erwachens und des sich Wehrens gegen diese Abklemmung des Nervs zum einen. Das merken wir doch auch. Wir merken doch diese Gefühlskälte. Geh du doch mal da zum Jobcenter Hartz-IV-Empfänger und die Leutchen da, die da hinterm Schreibtisch sitzen, sonst selber verdienen sie kaum was und werden geknechtet. Aber dich können sie ordentlich um deinen Lebensinhalt kriegen, indem sie einfach die Mittel sperren. Was hat das noch mit Menschlichkeit, was hat das mit Gefühl, was hat das mit Lebenswert zu tun? Und da wachen die Leute auch auf. Ganz, ganz viele und viele wissen eben nicht, was sie tun und denken auch, die werden allein und deswegen ist ja der Aufruf auch zur Solidarität. Wir müssen alle zusammenhalten. Wir müssen uns alle zusammen, wie soll ich sagen, an die Hand fassen und dagegen vorgehen in einem, in einer Einheit vielleicht, die sagt, wir sind Teil des Ganzen, wir wollen da dabei sein. Ihr dürft uns nicht abschneiden davon. Und das ist es, was passiert. Eugenik, Manipulation, Unterdrückung, Tyrannei, Auslöschen, alles das sind Begriffe dafür, dass man uns abschneiden will vom Leben, vom Ganzen, von der Schöpfung und das kann es nicht sein. Und da können wir eigentlich sicher sein, dass die, dass die, soll ich sagen, diese Gruppierung, die das versucht, mit Sicherheit nicht in der Mehrheit ist. Und deswegen ist möglicherweise eben auch unser, unseren, und sind unsere Möglichkeiten sehr groß und deswegen versuche ich auch mit meinen Sendungen immer ganz viele anzusprechen, soweit ich kann. Hey, hier hat sogar jemand mich hier verlinkt, das will ich gerade vorlesen, ganz klasse, dass er das gemacht hat. Das ist gerade mal raussuchen, das ich finde. Hier bei einem Matrix-Medium. Wie war das? Und zwar, hab heute versucht, Moin Moin, Detlef schreibt hier jemand, hab heute versucht, mal ein bisschen indirekte Werbung für dich zu machen, da ich zu deinem Beitrag zu Mitt Romney auf mywagnis.wordpress bekommen, sehr passend zu dem ARD-Artikel, es gab keine Demonstration fand. Hat sie mir einen Link zur Tagesschau gegeben und da kann man eben kommentieren. Und dort wird in den Kommentaren herrlich über die USA hergezogen. Ich habe unter Angabe deiner Blog-Adresse und einem zwei Absätze lang ein Zitat von dir zu Mitt Romney die Leute aufgefordert, sich mal breitflächlich ein Bild zu machen, um so hoffentlich zu einer eigenen Meinung zu gelangen und da hat er sie erlebt, der Moderator schaltet jetzt seit 30 Minuten meinen Kommentar nicht frei und jetzt sind schon fünf andere hinterhergerutscht. Dann hatte sie das Gefühl, man will sie da vielleicht nicht zu Worte kommen lassen und dann kriegt sie eine Information. Hi, es steht drin, juhu, Chaka, der musste wohl erstmal recherchieren. Aber der Artikel ist jetzt nicht mehr direkt auf tagesschau.de zu finden, sondern nur noch ganz klein erwähnt in einem Zwischenlink unter Ausland. Wohl zu viel offensichtliche Wahrheit. Schreibt sie, macht's gut. Okay, ja, also eben, dadurch kann man vieles erreichen. Man kann eben durch solche Links oder durch Kommentare in Blogs und weise auch wieder versuchen, eine ganze Menge unserer Mitseelen zu erreichen. Eigentlich sollten wir sie nicht Mitmenschen nennen, sondern Mitseelen nennen, weil das ist viel treffender, denn es geht darum, klar, werden wir dieses zeitliche irgendwann segnen, alle, der eine früher, der andere später, hoffentlich so, dass er seine Prägung auf der Seele mitkriegt, wie es geplant ist oder wie es gewollt ist, aber es geht immer sicher noch munter weiter in diesem Schöpfungsprozess, in dieser, die ist ja auch, diese Schöpfung ist ja wie ein Perpetuum mobile wahrscheinlich, die geht ständig weiter. Eben, wenn Zeit eigentlich keine Rolle spielt, muss man das sehen. Umso schlimmer ist es ja, dass es eben eine Gruppierung innerhalb der Schöpfung gibt, die uns anderen Mitgliedern dieser Schöpfung, die uns hier killen wollen, ausschalten wollen und das dürfen wir keinesfalls geschehen lassen. Und ich bin sicher, es gibt eine Fraktion, die uns zur Hilfe kommt, weil er auch ganz explizit hier sagt, die Sonne, die man uns natürlich auch verdunkelt durch die Chemtrail Angelegenheiten, dass die natürlich auch dafür sorgt, dass weniger Sonnenstrahlung hier bei uns ankommen soll. Und deswegen ist es eben so, dass auch hier natürlich diese Sache offenkundig zur Schau gestellt werden muss. Es muss darüber aufgeklärt werden und zunehmend sind auch Politiker in Anführungszeichen bereit, darüber offen zu sprechen. Ich las jetzt hier irgendwo in einem Artikel irgendeiner aus skandinavischen Ländern da hatte einen grünen Politiker hat ganz offen ausgesprochen, jawohl, es gibt dieses Chemtrail, das hat nichts mit Kondensstreifen zu tun, da werden Chemikalien ausgebracht. Es wird also offen auch schon in der Matrix darüber gesprochen, weil wir den Druck so aufgebaut haben und deswegen ist alles das zu unterstützen, was diese Wahrheit nicht nur sucht, sondern auch nach außen trägt. Auch wenn man nicht immer 100% konkurrent in den Ansichten ist. Man kann nicht immer auf dem gleichen Ansichtenniveau schwimmen. Also Niveau nicht jetzt als Wertung, sondern als Level. Man hat nicht immer die gleichen Informationen. Man hat auch das Recht und die Freiheit auch anders denken zu dürfen. Sogar keine Frage. Also das ist ganz wichtig und was anderes ist mir auch aufgefallen. Wer hatte mir das hier zugeschickt? Das war doch hier der Aufgewachte wieder. Das kann ich euch mal vorlesen. Weil deswegen spreche ich ja auch über Matrix Angelegenheiten nicht. Weil ich es nicht auch wichtiger fände, sich nur mit den großen Themen zu beschäftigen. Aber wenn wir nicht die kleinen Themen, die Einzelheiten, die kleinen Felder besprechen, dann können wir auch diejenigen nicht erreichen, die sonst gar nicht in der Lage wären, zu vermuten, dass etwas Größeres gibt. Deswegen ist es so wichtig, über diese Dinge zu sprechen. Und Thema Schuldgeldsystem. Heidetlef im Stadtrat von Werl, das ist ein kleiner Ort in Nordrhein-Westfalen, steigt der Druck im Kessel beträchtlich an. Denn die unbequeme Wahrheit kommt heraus. Als erste Partei in der BRD griff die Werler Piratenfraktion am vergangenen Montag, den 8. 10. 2012 das Grundübel aller gesellschaftlichen Missstände direkt an. Nämlich das Schuldgeldsystem in Verbindung mit dem Zinssystem. Der Angriff erfolgte mit nur einem einzigen Antrag, dessen smarte Begründung für sich allein betrachtet schon ein Ground Zero im Werler Stadtrat hinterlassen dürfte. Um die smarte Begründung der Werler Piratenfraktion zu lesen, bitte auf den Atompilz klicken. finden, aufgewachter.wordpress.com unter dem 11. 10. Nuklear Detonation in der Werler Kommunalpolitik Piratenfraktion stellt Schuldgeld und Zinssystem in Frage und beantragt kommunalen Bailout Schuldenschnitt. Also die Leute sind ja auch nicht blöd. Sobald du ein gewisses Level an Aufgewachtsein erreicht hast, stellst du vieles in Frage. Wenn dir erstmal die Schuppen von den Augen gefallen sind, was dieses Geldsystem eigentlich darstellt, dann kannst du dir nichts anderes mehr ernst nehmen. Und aus dem Grund ist es ja auch sehr erfreulich und da spielt es keine Rolle, ob der irgendeiner Partei angehört oder irgendeine Religion hat oder so oder irgendeine andere Nationalität hat als man selbst oder schwarz ist statt weiß oder grün statt gelb oder Mars Menschen sollen mal grün gewesen sein. Ihr wisst, was ich meine, spielt keine Rolle. Dann muss man das unterstützen, das trägt dazu bei, dass ein allgemeines Aufwachen möglich ist. Und das ist zu unterstützen. Und eben das sagt der Dr. Phil Valentine auch. Er sagt, Leutchen, die Sonne aktiviert bei uns im Gehirn die verschiedenen Bereiche, die alle unterschiedliche Funktionen haben, immer mit und jetzt verstärkt. Und deswegen machen sie die Himmel immer dunkler. Deshalb versuchen sie uns die Sonne wegzunehmen, damit diese Informationen nicht direkt zu uns kommen können in dieser Form. Und er sagt auch, und das gehört jetzt wieder zu dem Thema, was wir eingangs erwähnten, Planet X, was kommt vielleicht auf uns zu, was passiert in Nibiru, gibt es irgendeinen Polsprung, gibt es irgendwelche Katastrophen, die wir zu erwarten haben? Warum bunkert sich die Elite ein? Wir wissen, und da sagte dieser Bunkerbauer auch, er wäre erstaunt, also jetzt Filteranlagen würden wieder zu kriegen sein, für die Atom- Nuklearverseuchungsfilter und was weiß ich Filter, die wären jetzt wieder da, deshalb könnte er jetzt also die auch wieder alle einbauen, weil der Staat, die Regierung der USA ihre Einkäufe längst abgeschlossen hat. Das heißt, die Verantwortlichen und darüber haben wir auch jahrelang berichten wir jetzt schon darüber, diese Verantwortlichen haben in der Vergangenheit sich diese riesigen unterirdischen Bunkeranlagen bauen lassen, haben die vollgestopft mit allen möglichen Nahrungsmitteln, die haben dort auch künstliche Sonnen, um selbst dort anbauen zu können und was weiß ich, also sie haben allen erdenklichen Luxus sich da einbauen lassen, die haben sogar Schiffe, Kriegsschiffe nach unten transportieren lassen, hunderte von Metern, wenn nicht Kilometer, also nicht hunderte Kilometer, aber so ein paar Kilometer in die Tiefe haben die die runter transportiert und die schwimmen da im Wasser, damit sie, falls wahrscheinlich, wenn es irgendeine Überflutung gibt, damit noch oben später drin rumschippern können. Alles das haben die. Die haben auch Schnellbahnverbindungen von einem Kontinent zum anderen, da träumen wir nur davon. Die haben ja auch eine Technologie zur Verfügung, das haben wir auch schon häufiger diskutiert, die uns nicht zugänglich ist, die ihnen aber also unglaubliche, wie soll ich sagen, Möglichkeiten hier im Dreidimensionalen geben, eben, um möglicherweise etwas von sich fernzuhalten, was sie erwarten, was auf sie zukommt. Und natürlich haben die wesentlich bessere Informationen als wir, denn die haben mit unserem Geld die ganzen Instrumente aufgeholt. Was meint ihr, warum es am Südpol ein ganz neues Planetarium dort aufgebaut wurde? Warum? Warum? Weil man aus dem Süden irgendwas beobachtet und mal wissen, dass dieses Nibirosystem aus dem Süden kommt. Das ist hier erst ganz spät zu sehen, hier in der nördlichen Hemisphäre, nämlich dann, wenn es wahrscheinlich schon eh zu spät ist. Und deswegen sind die da unten aktiv. Deswegen gibt es Privatinitiativen, die also sich selber Weltraum Transportmittel geschaffen haben. Wie der Richard Branson da, von dieser Fluglinie da, von diesem Großkonzern. Oder Virgin ist das. Oder nehmen wir hier die ganzen Vorbereitungsaktionen, hier nehmen wir Denver Airport und so. Auch das haben wir alles schon drüber berichtet, was da alles passiert ist. Was weiß ich, 10, 20 Stöcke unterhalb des Flughafens von Denver, was ja die höchste Ort auf dem amerikanischen US-Gebiet darstellt, die größte Stadt, höchstgelegen, ich glaube um die 1000 Meter oder so. Und was meinst du, was da alles verbaut ist? Also, okay, man kann jetzt sagen, darüber diskutieren wir auch, ich möchte lieber nicht im Bunker sein und so. Klar. Aber auf jeden Fall haben die sich mal darauf vorbereitet und sogar ein Alex Jones stellt sich jetzt so ein Bunker hinten irgendwo in so ein Grundstück, weil er dem Laden nicht mehr traut. Oder weil er eben Informationen hat, die wir auch haben, aber natürlich nicht sicher wissen, ob es kommt und was es ist. Und die Vermutung ist, dass es eben so sein wird, dass dieser Komplex, der sowieso alle so und so vier Jahre hier vorbeifliegt, diesmal eben der Erde so nahe kommt, dass eben das Drumherum um diesen Komplex uns treffen wird und auch dafür sorgen wird, dass sich die Körper, die planetaren Körper hier in diesem Sonnensystem massiv erhitzen werden und dadurch natürlich in Bewegung kommen und wie immer man das jetzt glaubt, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das jetzt ein Metallkern ist, der in der Erde ist oder nicht. Viele sagen, der sei hohl und ja gut, okay, diese Diskussion will ich nicht führen, weil ich es letztendlich genau auch nicht weiß. Aber angenommen, das wäre eben ein metallener, riesengroßer Kern in der Erde, dann riecht der sich natürlich magnetisch nach diesen Körpern, die da anfliegen, aus und das reißt natürlich alles auf. Da reißt dann oben die Erdkruste auf und das gibt dann denen die Folge davon, dass also Winde herrschen werden, weil die Atmosphäre, also die Luft um die Erde herum zusammengedrückt wird und in Bewegung gerät und da werden also Geschwindigkeiten, Windgeschwindigkeiten um die Erde rasen, die wir uns gar nicht vorstellen können, die wir sicher auch noch nie erlebt haben, von über 300 Stundenkilometer bis hin zu was weiß ich, 1000 Stundenkilometer könnte es sein und da bleibt ja nichts mehr da stehen, da fliegen diese Autos und Busse und was du alles hast, die fliegen dann hier dir um die Ohren. Und da hast du dann eben nur eine Chance, das zu überleben, wenn du tief genug in der Erde bist. Aber, wenn jetzt zum Beispiel dieses Nibiru-Komplex herum kommt hier und so nah an die Erde kommt, dass zum Beispiel seine Ausläufer, in welcher Form auch immer die sind, das können ja riesen, riesen Brocken sein, die dann vielleicht auch auf die Erde fliegen, wenn solche Dinger hier runterkommen, mit Geschwindigkeiten von 60 Stundenkilometer die Sekunde oder ich weiß gar nicht, wie viel das ist, sondern wie so eine Patrone, Kugel, in dieser Masse, in diesem Gewicht, dann geht das so tief in den Boden rein und alles, was da unten drin ist, egal was es ist, wird nur noch, ob es jetzt Sand ist oder Metall oder wird alles verglast. Dann bleibt nur noch, es wird alles geschmolzen. Und ob man da in den Bunkern, wenn die nicht tief genug sind, da überhaupt eine Chance hat, vielleicht die ganz tiefen Bunker, deswegen haben sie auch so tief gebaut, 1000 Meter und noch tiefer liegen ja die zum Teil, dann ist das alles auch hinüber. Gut, das sind Spekulationen. Wir wissen es ja nicht, was kommt. Ich habe es eben auch selbst noch nicht wirklich gesehen, dass ich sagen könnte, jawohl, jetzt weiß ich, dass er da ist, dieser Komplex. Ich sehe das immer nur, was mir berichtet wird, in den verschiedenen Medien, wo man es auch sehen kann, entweder ein Video oder Fotos, die man mal sieht. oder das beobachte ich auch und glaubt mir, ihr seid die Ersten, die ich mit informieren werde, wenn ich so etwas hier, sowas Bahnbrechendes entdecke, dass wir darüber berichten müssen. Das ist gar keine Frage, sofern wir das ja dann auch noch können. Wenn es natürlich da die, oben die Magnetosphäre, alles durcheinander bringt, dann ist hier nichts mehr mit Senden und so. Es ist alles vorbei, dann sind wir sowieso schon im Mittelalter. Deshalb. Ja, und die nehmen uns, wollen uns eben auch, vor allen Dingen jetzt auf die Amerikaner bezogen, die wollen denen die ganzen Waffen abnehmen, weil sie eben möglicherweise jetzt das bekannt geben werden, dass dieser Komplex auf die Erde zurast. Es wird davon gesprochen, im November solle Obama das verkünden, aber es gab schon viele solche Ankündigungen, dass das geschieht. mag sein. Die werden das sicher erst dann tun, wenn sie selbst alles in Sicherheit gebracht haben. Und die wollen natürlich auf jeden Fall die Leutchen da noch vorher entwaffnen. Deswegen ist damit zu rechnen, dass das da irgendwie jetzt losgeht in den USA, damit die sich nicht an der Regierung rächen können. Denn sobald die Menschen rausfinden, was alles im Namen der Regierung geschehen ist, dann bleibt von denen nicht mehr viel übrig. Deswegen wollen sie denen die Waffen mitnehmen. Und zwar die schwer hohen Kaliber, Messer und all diesen, das spielt keine Rolle, weil das wird nachher nur benutzt, um sich selber gegenseitig umzubringen, um an Essen und Trinken zu kommen. Denn wenn alle Läden dicht haben, wenn das Bankensystem zusammengebrochen ist, wenn die Großkopferten alle in ihren Bunkern hocken, dann gibt es oben nur noch das, was da herumfliegt. Und wenn dann eben alles hier versenkt wird, also versenkt von Sängen, von Hitze, oder sonst wie beeinträchtigt wird, es ist vergammelt, oder wenn hier diese Körper hier einschlagen, zum Beispiel im Wasser, dann das Wasser dreht sich dann um, da wird ja auch in der Bibel davon gesprochen, die ganze Offenbarung, dass dann das Wasser rot wird, das ist dann wahrscheinlich Eisenoxid oder sowas, das macht dann alles ungenießbar, und so weiter und so weiter. Auch diese Thematik, diese Szenarien haben wir alle schon diskutiert in früheren Sendungen, die im Übrigen, auch wenn es mit Elenin nicht so gekommen ist, wie wir es erwartet haben, sind dennoch alle anderen Szenarien dann drumherum, alle immer noch aktuell, ja, nicht vergessen. Das alles in etwa könnte sich so ereichnen, deswegen ist es sicherlich sinnvoll, wen das interessiert, das nochmal nachzuvollziehen, sich das nochmal anzuhören, oder was auch immer. Ja, jo, also, so vielleicht. Hier schreibt noch jemand, hallo Detlef, heißt es doch treffenderweise nur, dass wir die Dimension Zeit verlassen werden, nur die Menschen in der Materie, leben in der Zeit, alles andere ist zeitlos. Von Lucky. Jawohl. Danke. Super. Ja, das ist so. Ich meine, wie gesagt, wenn es die Zeit als solches ja auch gar nicht mehr geht, oder für die Seelen gibt es das ja eh nicht, es gibt nur eine Formänderung, aber eben, jede Formänderung ist verbunden mit irgendeiner Prägung der Seele, die anscheinend notwendig ist. Warum auch immer, das kann ich nicht beantworten, warum das so ist, das werden wir sehen. Dann müssen wir jetzt eben dann mithelfen, ja, der guten Truppe, sozusagen, aus unserer Schöpfung, wir sind ja Teil des Ganzen, ja, jetzt mal ein bisschen unter die Arme zu greifen, haha, und jetzt mal Dampf zu machen, unsere Mitseelen aufzuwecken, denen ein bisschen zu helfen, zu erkennen, dass sie hiermit selber eingreifen müssen, das muss jeder selbst machen. Es kann keiner dem anderen helfen, dass seine Seele das überlebt oder in die richtige Richtung geschoben wird, das muss jeder selber, das geht nur, wenn er es selber macht. Wenn du immer weiter deinen Junkfood zu dir nimmst, die abgetriebenen Babyföten, DNA in dem Schmackstoff von Pepsi-Cola weiter trinkst und das nicht nur dort, das ist nur ein Beispiel, wo es bekannt geworden ist, und dieses ganze Zeug zu dir nimmst, die füttern ja alles Mögliche rein. Was meint ihr, warum die Kühe damals diese Krankheit da bekamen, wo sie angeblich geisteskrank wurden, weil man ihnen ihre eigenen Lebewesen dazu Fraß gegeben hat. Die haben also selber tote Kühe fressen müssen in ihrem Futter. Natürlich ist das klar, dass die dann irgendwie, die kriegen das auch mit, die sind ja auch nicht blöd, und so weiter. Und man kann, weil hier steht, ich habe lange versucht, die Leute aufzuwecken, aber außer Beschimpfung, nee, nee, die sollen alle selber aufwachen. Ja, richtig, aber je mehr wir sind auf der guten Seite, die das hinkriegen, umso mehr können wir versuchen, darauf einzuwirken, dass die Schöpfung bitte mindestens mal genauso bleibt wie vorher. Oder, dass die Guten dann mal übernehmen. Die sogenannten Guten. Wir müssen natürlich das Gute dann dabei definieren, und da tue ich mich natürlich auch ein bisschen schwer, als mich immer darauf zurück zu besinnen, eben nach dem allgemeinen Recht vorzugehen, was man halt auch als die 10-Gebote oder wie auch immer, oder die die Grundsätze im Universum bezeichnen könnte. Schauen wir mal, wie das ist. Also ich hoffe, wir konnten da diese Diskussion mal beginnen. Ich meine, dass die nie zu Ende ist, ist klar, aber ich wollte euch mal diese Sichtweise näher bringen, dass eben dieser hyperdimensionale Krieg im Gange ist, und das schon seit ewigen Zeiten, nämlich wahrscheinlich auch schon kurz nach der Erschöpfung begonnen haben muss. Kurz nachdem das eine entschlossen hat, sich zu vervielfältigen, sodass es das sich selbst wahrnehmen kann. In dem Moment hat der Krieg angefangen. Ja, oder? Also gut, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch ein wichtiger Hinweis, ich habe diese Woche eine Sondersendung. Du wirst ja auch nie, was passiert, aber nicht aus dem Grund, sondern wir machen immer einmal im Monat unsere United We Strike, United We Win Radiomarathon-Sendung und die machen wir immer am zweiten Samstag eines Monats und das findet jetzt diesen Samstag statt und diesmal fange ich an um 15 Uhr nachmittags bis 17 Uhr, zwei Stunden auf Deutsch, dann geht es auf Englisch weiter in kürzeren Abständen, also immer alle so 20 Minuten oder so kommt der nächste dran. Wir machen das diesmal ein bisschen schneller durch, ja, schauen mal, ob das Format auch funktioniert, aber ich mache trotzdem meine zwei Stunden auf Deutsch, weil es gibt ja so viel, was man darüber diskutieren kann und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid, oder? Einschalten, 15 bis 17 Uhr, wäre klasse, wenn ich euch dann auch hier begrüßen darf. Jo, und ansonsten, wie gesagt, spiele ich jetzt ja gleich nochmal hier bei Wakenews.net Wakenews Radio die Wiederholung ein, bei, ich weiß gar nicht, bei Milen, glaube ich, kommt die heute nicht, Wiederholung, manchmal mache ich das, aber das hängt immer davon ab, was die für ein Programm haben und also bei mir auf jeden Fall bei ICRN Radio Network und UWS Radio, beide Player sind bei mir auf der Seite, einen davon kann man dann ausschalten. Sonst hört man alles doppelt, sagst du noch mal, für diejenigen, die das noch nicht so, ich habe, ja, das ist ja schön, ich habe immer wieder auch neue Verwender, neue User, das ist auch neu, oder neue Zudauer, das finde ich klasse, super und da seid immer herzlich bei mir willkommen. Ja, wie gesagt, danke euch fürs Zuhören, hoffe es hat euch mal wieder einen anderen Blick auf die Dinge gegeben, ich denke, mir hat es schon viel gegeben und Ausgangs hören wir jetzt noch mal von Kinetic Jane, Kinetic Speed Tape, ja, ganz klasse und während ich dann die Wiederholung einspiele, kommt dann noch weiß der Himmel von der Regenlaune, hat ja auch was mit Chemtrails zu tun und über was wir heute gesprochen haben, davon berichten ist Radio, klasse, dass ihr da wart, wir sehen uns am Samstag, jawohl, danke fürs Zuhören. Für alle, die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören, mehr unter wakenews.net Wejście nieharmoniczne Wejście nieharmoniczne Wejście nieharmoniczne Mówimy do ciebie, wejście, wejście, Das war es auch schon. Das war es auch schon. Und können wir uns doch hier ansehen. Mit meinen thoughts in der Erde. Wir kommen zu dem Ziehen. Und das war es auch schon. Und das war es auch schon. Das war es auch schon. Du bist in der Kursu, Du bist in der Kursu. Weistie nieharmoniczne. Weistie nieharmoniczne. Weistie nieharmoniczne. Ludzie na mieście. Spatrują się w życiu. A my wiemy dokładnie. Nie jest przestrzeń, panie. Nie jest przestrzeń, panie. W kontakt. Nie zrast capitalną. K spiną lekko pod kierunek. K이라는, panie. Po jestem 18 midst. olly, Pan go, tiene 걸로. bardzo.